Der Start des achten und letzten Kapitels hier bei MOTHER 3. Willkommen zurück und wer fährt da jetzt mit seiner Limousine vor? Vor dem Tempel, in dem wir die vorletzte Nadel ziehen konnten? Meister Lukas, ja. Unser großer Anführer und neuer König der ganzen Welt, Meister Porky, lädt sie herzlich in die großartigste Stadt der Welt ein. New Pork City, ich werde sie in dieser Stretch Limousine hinbringen. Steigen sie bitte ein. Nein! Wo Meister Porky lebt, gibt es kein... Nein! Also, was wollen sie tun? Sie gehen rein, oder? Meister Porky, New Pork City, ja, das ist die Smash Stage, die nennt sich schon so, das war ein massiver Spoiler. Da wird mir immer mehr bewusst, wie spoilerisch Smash Brawl eigentlich war, in Bezug auf MOTHER 3. Ähm, Porky, Moment mal, war das nicht der Nachbar von NES in Earthbound, in MOTHER 2? Doch, ganz genau. Manchmal hat man ihn Poké genannt, wo ich glaube, auch in meinem Earthbound Let's Play nannte ich ihn Poké, weil ich halt dachte, das wäre eher ein Name, so wie der Kaktus von Mario. Aber Porky macht mehr Sinn, wegen... Auch jetzt, wegen Schweinemasken. Na, Porky ist Bescheid. Ja gut, dann gehen wir mal mit, ne, wenn wir keine Wahl. Es gibt kein Nein. Das... Aber aus welchem Grund? Das frage ich mich halt. Dass der Porky am Ende von Earthbound durchgedreht ist, wissen wir ja. Natürlich. Ich muss den ganzen Weg herumlaufen. Und dass er am Ende von Earthbound übermächtig wurde, sowas in der Art. Ja. Die Kräfte von Geiges irgendwie genutzt, aber genaueres hat man da auch nicht erfahren. Ein bisschen Open End, das Ende von Earthbound. Und offensichtlich, ne, gibt's da wirklich Kontakte, ne. Er wurde ja... Porky als der nervige Nachbarsjunge wurde ja im Laufe des Abenteils auch immer mächtiger. Er wurde mal Politiker und... Hast du nicht gesehen? Ach, ne fliegende Limousine. Oh ja, wie weit zurück in die Zukunft. Das hat Stil. Kann sein, dass die gerade fahrend gekommen sind, aber fliegend fahren wir weg. Sieht ja interessant aus hier, ne. Was denken Sie? Es ist viel gräumiger, als es von außen den Anschein hat, nicht wahr? Wir erreichen schon bald New Pork City. Bitte ruht euch aus und genießt die Fahrt. Das können wir machen. Möchtest du auf dem Beifahrersitz sitzen? Jetzt nicht. Also ich warte jetzt mal. Ich werde jetzt mal ein bisschen was... Probieren. Übrigens. Ich habe ein bisschen gelevelt. Nicht nur das. Das war im letzten Part und ich bin jetzt auf Level 59. Die ist das. Dann machen wir jetzt weiter. Aber das hat auch Gründe. Unter anderem zeige ich es euch. Ich muss meine Items mal wieder managen. Es geht mir nicht primär um die Level, sondern um ein ganz wichtiges Item. Und zwar für Kumatora. Die mystischen Handschuhe. Die habe ich gleich zwei oder dreimal. Das beste Item. Also wenn wir das jetzt mal betrachten. Das spawnt auf der Insel Tane-Tane. Ich hatte ja noch einen Spielstand. Deswegen habe ich den genutzt. Dieser Halb-Gorilla. Halb... Was auch immer das andere war. Und das habe ich geholt. Wenn ich jetzt mal gucke. Ich habe die stachlige Waffe gehabt. Wenn ich von der stachlige Waffe auf die mystischen Handschuhe gehe. Seht ihr das? 10 hoch bei der KP. 10 bei PP. Nochmal Angriff hoch. Intelligenz hoch. Geschwindigkeit hoch. Das ist ein gutes Item. Das ist die beste Waffe für Kumatora. Und deswegen habe ich die bekommen. Geholt. Alles Klärchen. Wunderbärchen. Das muss schon mal ausgesprochen werden. Und ich habe deswegen im Kampf gegen den maskierten Mann weniger Heil-Items verbraten. Und so. Also die habe ich jetzt alle noch da. Also so Limousinen sind ja tatsächlich geräumiger, als man manchmal glaubt. Einer dieser bekannten Champagner-Türme. Champagner. Wenn man genau hinsieht, ist es nur ein Bild. Es ist nur ein Bild. Stark. Die Champagner-Türme. Ein Blackjack-Tisch. Es ist jedoch kein spielbarer Blackjack-Tisch. Und ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe tatsächlich noch auf der zweiten 0,999 Version des Deutsch-Patches gespielt. Jetzt also die 1,0 Version. Sind wir schon im achten Kapitel, wa? Getränke für Erwachsene sind hier aufgereiht. Es ist ein scharfes, bitteres, widerliches Gift. Also dürfen Kinder das nicht trinken. Oh, warte. Erwachsene dürfen das auch nicht trinken. Das ist, äh... Da schließe ich mich nahtlos an. Hört den Worten. Das sind ja... Müssen sie sagen, ne? Weil sonst, ich weiß nicht, was... Es gibt keine USK oder FSK in Japan. Aber irgendwas anderes, vergleichbares, haben diese sicher. Geh baden! Ich weiß zwar nicht, wie hier in der Limousine das fließende Wasser zustande kommt. Dann wohl begrenzt, ne? Wie ein bisschen wie im Mondenmobil. Aber das sprudelt halt die ganze Zeit. Ein großes, flauschiges Sofa. Du kannst dich drauf ausruhen. Möchtest du? Das reicht. Yeah, yeah, yeah. Wir lassen es uns gut gehen. Was war das? Was ist das für ein Gefühl? Die sind alle rot gewesen. Waren das Massagesitze? Das würde Sinn geben. Ich finde so Massagesitze eigentlich nicht so pralle. Ein Billardtisch. Die Löscher sind ziemlich groß. Sieht so aus, als könntest du es spielen, aber du kannst es nicht. Naja, wir fahren ja auch gerade. Ich meine, es ist ein Brettspiel. Sieht so aus, als könntest du es spielen, aber du kannst es nicht. Weil ich es nicht kann oder weil es nicht geht? Die Bühne für Karaoke oder was? Eine Bühne. Sieht so aus, als könntest du dort was vorsingen, aber du kommst da nicht mal hoch. Dann setze ich mich auf den Beifahrer. Denke ich mal, da triggert sich's. Generell ist das nicht erlaubt. Alle müssen sitzen. Auch wenn ihr Wohnmobile oder Wohnwagen fahrt. Ich glaube, Wohnwagen darf man nicht mal beim Fahren drin sein. Ja, da ist sie. Sagen sie Hallo zur New Park City. Ich habe wieder so einen Turm. Ein ziemlich Dachleger-Turm. Da könnte glatt Bowser gehören. Ja, also die Soundtracks werden mir seit geraumer Zeit mit diesem Porky-Theme weggeclamed. Ich verdiene quasi nichts mit meinen Mother 3 Parts. Keine Ahnung, warum und wie. Aber was soll's. Da mach ich jetzt auch mal keinen Dicken. Ja, also reinster Vergnügungspark, ne? So ein Wikinger-Schiff und hier... Naja, so ist ein Riesenrad darstellt. Ich kann's nicht ganz zuordnen. Eigentlich nicht, das ist viel zu klein. Beauty and Tasty. Alter, da kannst du Masken kaufen. Käfersammler kommen auf ihre Kosten. Ich hab keinen Plan. Kapitel 8 Alle Dinge Alle Dinge? All Things came to an end? Oder warum? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Sei dabei und fühl dich frei. Ich glaub, wir haben hier eine gute Zeit. Also, wir sind da. Na, bitte seien Sie beim Aussteigen vorsichtig. Haben Sie auch nichts vergessen? Ich hab... Naja, ich hab doch nichts dabei sonst. Da Sie zum ersten Mal in der Stadt sind, gebe ich Ihnen diese Karte, damit Sie sich nicht verlaufen. Thanks, man. Eine Karte der Stadt. Also dann, Meister Lukas, wir werden uns bestimmt wiedersehen, mit anderen Klamotten. Warum? Ist der hier das Mädchen für alles? Oder wie ist das? Und wenn er doch nicht mehr da ist? Nee, der ist wieder eingestiegen, ne? Ich dachte kurz. Es sah kurz so aus, als würde er weglaufen. Imposant. Nee, ich will aber die Konfrontation. Was will der Meister Porky von Lukas, Kumatora, Duster und Rudi? Willkommen. Ich weiß, Mann. Ich weiß alles über dich. Du bist hier, um New Pork City zu zerstören, nicht wahr? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hat er recht. Ich weiß nicht, ich nehme halt jeden Speicherfrosch mit. Schönes Willkommenschild, ja. Welcome in New Pork City. In dieser Stadt bist du frei. Meister Porky hat dir Freiheit gegeben. Es ist manchmal immer wieder verwirrend, wie Leute so abgekapselt leben können. Also die einen wissen ja davon irgendwie und die anderen wiederum nicht. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz lautstärkere kurz verstellt. Alle anderen sind in die Stadt gezogen. Im Dorf zu bleiben wäre keine Option. Ich war mir sicher, dass es hier irgendwas für mich gäbe, aber ich weiß nicht so recht. Ich finde das so auch so, Lukas. Sind das die alle von Tosmini? Sind die alle hier? Oh, Lukas. Bist du wegen der etwas dreckigen und nicht sehr leckeren Keksen gefolgt? Ich mache sie nämlich nicht mehr. Hast du das vergessen? Arcade One-Up. Bitte halte dich im Innenbereich auf. Laufen, stehen, schlafen, schreien. Du darfst alles machen. Okay. Oh, guck mal, die Porky-Statue oben rechts. Was ist denn hier los? Ihr dürft überall hingehen, abgesehen von der hundertsten Etage des Empire Burky Building. Schaut euch ruhig um. Willkommen. Meister Porky hat mir erzählt, dass ihr kommt. Er sagt, dass ihr ziemlich stark seid, auf gewisse Weise. Empire Porky. Hörst du rein? Ich muss sagen, ich habe auch das, ich schaue auch das Let's Play zu, vom Luxeik Link zu Masse 1, Earthbound Beginnings. Das war auch sehr interessant, bis hierhin. mit den mit den na sag schon mit den Häusern, die fast alle zu sind. Große Städte, kannst du nirgendwo hin. Masse 1 ist halt wirklich nicht so gut. Bist du zufällig ein Bekannter von Jackie? Die andere Maulwurfsgrille. Könntest du ihn fragen, ob er mit uns eine Partnerschaft eingehen möchte? Funkel? Wir mögen Kleinszen, aber wir sind dennoch Lebewesen. Wir mühen uns als Maulwurfsgrillen ab. Ich habe mit dem Kerl gerade ein ernstes Wörtchen geredet. Ich fühle, dass die Zeit nicht reif ist, dass wir Maulwurfsgrillen unser Glück in der Großstadt versuchen. Bist du ein Bekanter von Jackie? Nein. Dein Gesichtsausdruck sagt mir, dass du lügst. Hehe. Maulwurfsgrillen wie mich, die an der vordersten Front der Businesswelt stehen, können mit Leichtigkeit solche Lügen durchschauen. Funkel. Ich dachte, ich könnte eventuell was kaufen. Porky Freizeitpark. Äh, eins am anderen. Oh, Hallöchen, Lukas. Ich habe gerade ein ernstes Wörtchen mit dem kleinen Burschen geredet, aber ich weiß nicht so wirklich, was ich tun soll. Was habt ihr denn für Differenzen? Jetzt kann ich diese ganze Gegend erstmal erkunden, ne? Ah, ja. Ich glaube, das ist ein Mistkäfer. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ist mein ganzer Stolz. Oh nein, mein Lautsprecher ist kaputt. Wie soll ich jetzt nur dieses Meisterstück der Musik hören? Und dann Wunderbar. Zeitgeist. Lebt denn der alte Holzmichel noch Holzmichel. Dieses Dorf wird immer voller und voller, aber dieser Shop ist trotzdem so leer wie eh und je. Das ist nicht verkehrt, wählerisch zu sein. Fülle deinen Magen mit deinem Lieblingsessen und nichts anderem. Das ist unsere Regel. Niemals? Ihr passt noch nicht in dieses Geschäft. Hab die Pasta mit Geschichte. Also ich kann keine Items. Ach Junge, ich will doch erstmal nur mal gucken. Pass auf. Lukas verkauft sein Insektenspray. Und jetzt gucken wir mal, was können wir denn kaufen? Theorie. Muss natürlich Geld holen. Aber Rindersteak. Eine Paste unaussprechlicher Lebenslage. Buh, die Pizza 250. Perfekt. Das ist alles, was ihr im Angebot habt. An für sich, an für sich, könnte ich ja sogar hingehen. Und ich habe so viel, warte mal, erstmal, geben nur 10? Also ich habe 3 von diesen mysteriösen Handschuhen. Wie viel kostet, kostet das nochmal zu kaufen? Viel zu teuer, ne? Okay, es macht also keinen Sinn. Ich würde erst mal den Items-Typ finden. Dieses Geschäft ist bis zum Rand mit hübschen Mädels gefüllt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, es ist nicht so aus, aber ich bin ein Roboter. Ernsthaft jetzt. Ja, gut, Heil-Items-Rand scheitert es nicht, wenn ich ehrlich bin. Dona ist verrückt nach Kunst. Sie steht hier schon in gefühlte Ewigkeit. Und dieser Strahl der Künstlerigkeit, die sich von mir erfaltet, die Löwigkeit sprudelt aus ihm hervor, die Maskenhaftigkeit tropft davon und diese Nasenhaarigkeit und die Altmodigkeit, es ist so atemberaubend, dass es positiv beängstigend ist. Das ist das Strohstaatleben, oder war nicht? Fühlt sich irgendwie nicht so an. Anscheinend sind alle Kellnerinnen in dem Restaurant da drüben Roboter, die aussehen wie die Mutter einer sehr wichtigen Person. Wollen wir noch nicht weiter nach oben gehen, weil es mir alles noch nicht ganz geheuer ist. Ich verkaufe gefährliche Sachen. Möchtest du was? Bleistiftrakete, Bombe, Neujahrsbombe. Reduziert die KP aller Gegner auf 1. Könnte aber auch ein Blindgänger sein. Ja, bei Bossen hätte ich gesagt. Klappt das nicht. Das klappt nicht bei Bossen. Du kaufst hier nur hochwertiges. Du hast ein gutes Auge. Ich kaufe gar nichts. Bleiben wir bei der Wahrheit. Ist das eine Sackgasse? Aber da geht es weiter nach oben. Jetzt sind wir oben. Da ist er! König Porky, der erste seines Namens. Was hat er seit Earthbound getrieben? Hat ein bisschen was von Zurück in die Zukunft 2. Diese Statue von Meister Porky ist nur etwas zum Anschauen und Verstauen. Genauer gesagt soll sie auch der göttliche Beschützer dieser Stadt sein. Ich habe gehört, dass einige Schwachköpfe sich mit der Statue angelegt haben und dann in einer Welt der Schmerzen gelandet sind. Oh, jetzt muss ich... Jetzt macht's klick, ne? Ich muss gerade ein bisschen an Smash Brawl denken. Ja, das ist Abraum in mir sehr, ne? Muss man bedenken. Damals war ja, als Smash Brawl rauskam, Mazzar 3 noch top aktuell. Ja? Ach ja. Ja, das ist eine Story, ne? Ob sich Shige Sato Itoi wirklich mal so richtig reinversetzt in so jemanden, der... Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ja, ein bisschen Geld. Ich hebe mal was ab. Ach. hofft mal, dass ich nicht sterbe. Habe ich jetzt nicht vor. Häuser kann man auch nicht rein. Lebkuchenhaus, Rakete, was ist das für ein Bettchen? Kino. Da unten ein Lok. Hey, Lukas! Ich habe gerade mit Isaac über die alten Zeiten geredet. Er ist heute ein wichtiger Kerl, weißt du? Er hat... ein Outfit von einem Schweinemasken-Dude. Lukas, du bist der liebe und charmante Gast, nachdem Meister Porky sucht. Ich bin's übrigens Isaac. Ich bin ganz groß rausgekommen. Aber, Lukas, ich wusste gar nicht, dass du was Besonderes bist. Wenn du irgendwas Krummes mit Meister Porky machst, werden du und ich Feinde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle hierher gehen oder ob sie hergebracht werden. Aber wenn du hier bist, Lukas, so ist es wohl, dass jetzt wirklich alle hier sind. Wir hatten noch keine Glücksbox, die war verantwortlich. Denk ich mal. Willkommen! Ich weiß, du kommst vom Lande, aber du solltest ein paar der raffinierten Güter kaufen, die New Pork im Angebot hat. Wenn wir alle was andrehen wollen. Hotdog-Sushi, mehr haben die nicht. Ein Hotdog und ein Sushi-Chimera. Ja, Sushi in den Dings. Hallo? Da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn doch, Meister Porky. Gehen wir ins Kino? Bei der Forschung haben Stinkwanzen ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ich würde sie gerne weiter studieren, aber sie stinken so. Die Stinkwanzen stinken. Das ist ein Schlitz für Geld. Angeblich soll irgendein stinken der Käfer in das Kino gekommen sein. Vielleicht sollte ich den Eisstand einfach aufgeben. Der Eintritt für dieses Kino ist frei. Wir zeigen einen wunderbaren Abenteuerfilm, den Meister Porky persönlich ausgewählt hat. Aber es hat sich wohl eine Stinkwarze reingeschlichen. Ich hasse es, diese Viecher töten zu müssen. Ich get. Willkommen. Kann ich bei irgendwas behilflich sein? Ja, ja. Könntest mir... Oh. Das ist witzig. Für 18.000 gibt es eine Bratpfanne für Kumatora, aber wir haben das bessere Item. Wie erwähnt, aus der Tane-Tane-Insel dieser komische Affen... Seerobbe, Seelöwe. Hier rüber. Ah. Mhm. Okay. Ja, da rüsten wir uns gerne komplett aus. Kumatora, rote Kappe... Moment. Na, Engelschleife. Kumatora. Ausrüsten, Feenschleife verkaufen. So sieht's aus. Dann für Rudi die Engelschleife. Warum immer? Ich, ich, ich wollte jetzt nicht den Rudi, den armen Rudi eine Schleife anziehen, aber ich mach's doch, ne? Also dann kriegt der Rudi jetzt die rote Kappe. So ein Hund mit Kappe würde ich auch gerne sehen. Ist ja witzig. Das war beides eine Kopfbedeckung. Ja. Ja, künstlicher Schläger kann auch keiner was mit anfangen. So. Rote Kappe für Lucas. Für die fantastische Krone. Ernsthaft? Ja, wenn die sagen, ist es besser, dann ist es besser, ne? Dann ist das einfach so. Der Rest ist Pille-Palle. Werden sie uns bald wieder. Oh, Lucas. Suchst du etwas? Immer wenn du es mal nicht weiter weißt, geh ins Kino. Jupp. Oh, du bist auch hier, Lucas. Jetzt sind wohl alle von Tasmili hier. Alle. Was gibt's denn im Kino? Das guck ich mir mal an. Euer Läuter ist nur Apartment unter der Erde eingesperrt. Was? Ihr wisst nichts über Leiter? Aber euer Leiter möchte euch sehen. Ich begebe mich hier in Gefahr, euch das dazu erzählen. Und ihr wollt mir ernsthaft sagen, dass ihr den Kerl nicht kennt? Ja. Ich verstehe. Ihr kennt ihn also wirklich nicht. Ich weiß ja nicht, aber ihr solltet ihn trotzdem treffen, auch wenn ihr ihn nicht kennt. Und er möchte euch nämlich definitiv mit euch reden. Ich würde sagen, dass immer wenn ihr was macht, Erdbeben muss so Sachen passieren. Was zur Hölle macht ihr Kerle eigentlich? Stinkwanz, verteilen ihr Gestank dort, wo sie hingehen. Wie? Du weißt schon, diese Sitze. Ein paar von ihnen stinken richtig schlimm. Tja, jetzt kriegen wir endgültig und eindeutig und auf die Nase gedrückt Verbindungen zum Vorgänger. Jeff, der Affe, Tessie oder wie es hieß, der war auch ein Boss. Oder war es ein Boss? Großmeister Kotze, Meister Belch, das Monotoli-Gebäude, das war das, wo Porky der Politiker war. War deswegen neben Komete der eingestürzt zum Anfang. Das waren sie, die vier. Kommen mir schon sehr lang weit weg vor, ne? Kommen mir vor, als wäre es einfach 100 Jahre her gewesen. Es gibt ja auch für ein GBA übrigens, Masse 1 und 2, dort kam einfach raus in Japan, dass die ersten beiden Spiele nochmal spielbar waren. Ich denke mal, auch diese Sprites und Zehnen, die wir da sehen, ansprechend der GBA-Version von Masse 2. Und in dem Trailer dazu, und das gab es auch schon auf YouTube, kam dann so, und ja, wir machen noch Masse 3 für den GBA. Eine Stinkwanze? Hab vorhin eine gesehen. Wo könnte sie hin sein? Ein paar Leute sagen, dass wenn man den Gestank einer Stinkwarze tieferatmet, das Gedächtnis dadurch verbessert wird. Wenn das stimmt, dann immer her mit den Stinkwarzen. Dieses Loch im Lautsprecher führt direkt in die Kanalisation. Absolut unschaublich. Also deshalb stinkt dieses Kino immer so zum Himmel hoch. Dieser Ort stinkt. dieser Ort stinkt überhaupt nicht. Ja, hier halt. Stinkt. Was muss ich machen? Stinkt nicht so sehr. Stinkt. 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 Stinkt extrem. Müsst du darunter die Warze? Ja. Ah, der gute Jeff. Kriegste, Rudy! Na okay, dann müssen wir da hin. Jeff wäre übrigens der Sohn. Ich war mir nicht sicher, aber ich glaube, ihr habt mir gesagt, der Sohn von Dr. Andonuts, den wir auch in Maser 3 schon getroffen haben. Und sehr offensichtlich, das wusste ich nicht, habt ihr mir auch in den Kommentaren geschrieben, sehr interessant, ist Dr. Andonuts tatsächlich ein Teammitglied in Maser 1 gewesen. Der Lloyd. Wie gesagt, wenn ihr das bei Luxeikling guckt, das Teammitglied Lloyd ist Dr. Andonuts. Also, weiß nicht, offiziell hat es keiner gesagt, aber es ist eindeutig. Er sieht so aus und er benimmt sich genauso mit diesem Mülltonenverstecken und so. Das finde ich sehr, also das kann man schon mal als Fakt hinnehmen. Dr. Andonuts, der einzige Charakter, der wirklich in allen drei Maser-Spielen vorhanden ist, oder? Das Loch im Lautsprecher scheint in die Kanalisation zu führen. Hindurchgehen? Für Menschen wäre es ein wenig schwierig, dadurch zu passen. Ja? Rudy! Wo ist Rudy eigentlich? Hey, du da! Rudy ist hinterhergegangen, ja. Die einzigen, die hier rennen dürfen, sind die Stars auf der Mainwand. Oh, Leute, ich habe jetzt versucht. Haha! Was machen wir jetzt mit Rudy? Weg ist er, Rudy! Na, den finden wir schon wieder. Aber besser keine Gedanken. Also selbst wenn ihr Earthbound nicht gesehen habt, sage ich euch ja, was Fakt ist, ne? Was Sache ist. Ja, komme ich jetzt irgendwie zur Kanalisation? Dann muss ja irgendwie... Jetzt bin ich dezent aufgeschmissen. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach oben. Versuche was wert. Copyright Claim! Das ist wunderbar! Hier steht ein Automat. Möchtest du benutzen? Oh! Ein Stock, der intensive Emotionen hervorruft. Lukas Erhöhung. Das ist jetzt richtig blöde, weil ich hätte es gern mit Rudy erkundet. Meisterstock. Kräftiger Stock verkaufen. Okay. Teure Handschuhe für Kumatora. Handschuhe, wovon andere nur träumen können. Hä? Das werde ich mir nochmal erkunden. Das ist ja blöd. Gute Schuhe für Duster. Plus 70. Stachelige Waffe. Schweres Amulett. Ausrüsten auf den Körper. Gegen das Feder-Amulett. Göttinnen-BH kommt weg. Lukas, schweres Amulett. Wenn die sagen, besser, besser. Punkt. Drachenhalsstuch. Ausrüsten auf den Kopf. Schreibenhalsstuch kommt weg. Und der Skorpion-Armreif. Gegen den Waage-Armreif. Das werde ich mir nicht mehr leisten. Seriöse Bananen. Oder wie viel? Wobei ich zu faul bin, auszurüsten. Also, die Sachen zu holen. Für Lukas. Eigentlich muss man hier mit Rudi nochmal hin. Jetzt weiß ich nicht, wo das steckt. Der Ole Pappenheimer. Wenn man ein Liebesleben mit einer Geschichte vergleichen würde, würde ich sagen, dass wir in Kapitel 15 von insgesamt 16 sind. Und das ist der krasse Turm. Da dürfen wir sogar hin. Das ist merkwürdig. Das ist das Empire Perky Building. Das Hauptgott hier der Perky Corporation. Wag es ja nicht, das mit deinen schmutzigen, klebrigen Fingern zu berühren. Wenn du so nett wärst. Haha. Das ist das Empire Perky Building. Hauptgott hier der Perky Corporation. Also bist du derjenige, der... Haha. Nein, nein, nein. Es ist überhaupt nichts. Beachte mich nicht. Haha. Sehe ich etwa wie in einem Sieblerkrebshaus? Oh, Lukas. Wir üben nur für unseren Comedy-Sketch. Mittlerweile sind einfach alle hier. Hier kann man seine... Alle, alle... Heute habe ich es nicht so. Hier kann man alle seine alten Freunde wiedersehen. Aber denkst du, dass der Tag... Bald! Dass Millie und die anderen Worte nun völlig leer sind? Ich frage mich, was jetzt dort passieren wird. Äh... Gute Überlegung. Was wird da passieren? Rudi nervt mich jetzt ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. So, wir können in den Turm. Wir können ja noch weiter erkunden. Und der Part ist schon wieder gut gefüllt. Die 20 Minuten schon locker voll. Ja, schon fast 30. Bis zum nächsten Mal. Dann gucken wir uns hier noch weiter um. War viel Gequatsche. War gutes Ausrüsten dabei. Wir haben im Kino Ness, äh, sag ich mal, wieder gesehen. Auf der Leinwand. Etc. PP. Es wird spannend. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen. Bis dann und ciao!